Und die Chöre singen für dich. Oh, 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 oh. Also falls ihr mich nachher nicht mehr hört, habe ich jetzt schon mal abgeliefert. Und die Chöre singen für dich. Oh, 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 oh. Oh Leute, jetzt ist es soweit. Oh mein Gott, es ist soweit. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, zwei. Prost Neue. 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 Wow. Wow. Und das ist das, was ich meinte mit dir vor. Ich versteh dich nicht. Oh mein Gott, das ist so schön. Wow. Oh Gott. Emma, siehst du schwarz. Oh Gott. Danke, 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 dass wir hier seid. Oh Gott. Oh Gott, ich hole gleich nicht rein. Prost. Wann hörst du damit? Okay. Prost. Auf euch. Auf nach Feuer. Prost auf euch. Alles Liebe und alles Gute. Prost Neue. Ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Jetzt kann ich ja mitsingen. Oh mein Gott, ist das schön. Ich lass nicht ein Feuerwerk. Hast du das schon mal gesehen? Nein! Und die Chöre singen für dich. Oh 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 oh. Und die Chöre singen für dich. Oh 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 oh. Bis jetzt hängen, hab ich gelernt. Die Kerstre singen für dich. Aber hier ist das nicht schön. Oh Gott, ist das schön. Oh Gott. Du kannst starten, oder? Das macht doch keinen Sinn. Happy New Year! 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 Der Fürst freut sich auf das neue Jahr. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Mit ganz viel Liebe, ganz vielen tollen, neuen Momenten. Und natürlich ganz viel Gesundheit. Und auch ganz viele tolle, neue Erlebnisse. Es ist total schön, dass ihr heute mit uns feiert. Und der Fürst, der war ja heute unser Special-Gast von Paula und Rick. Den haben sie noch hierher geholt. Gefällt ihnen denn? Haben sie schon mal so ein Feuerwerk eröffnet? Alles, was sie sich wünschen und noch viel mehr! Was? Ich verstehe nicht! Alles, was sie sich wünschen und noch viel mehr! Tut, was ihr wollt! Tut einfach, was ihr wollt! Und habt fun dabei! Der Fürst spricht aus Erfahrung. Einen Prost nochmal! Prost! Und die Chöre singen für dich! Und die Chöre singen für dich! Jetzt kommen hier auch schon die Tränen! Oh nein! Ricker Tränchen in den Augen! Du sagst, ich darf nicht weinen, ja? Aber jetzt mal ganz im Ehrlich. Jetzt haben wir ein bisschen schon mal geguckt. Habt ihr so ein Feuerwerk schon mal erlebt? Nein! Nein! Aber das ist natürlich wundervoll! Und ich dachte mir so, ich hab jetzt auch noch eine Kleinigkeit für euch mitgebracht zum neuen Jahr. Was bringt Glück? Glückkekse! Ich dachte, die packen wir jetzt mal aus! Jetzt müssen wir ein bisschen Platz machen! Ja, machen wir! Jeder kriegt einen Piks! So, für dich auch noch einen! Danke dir! Machen wir alle auf drei Knack? Ja! Erstmal muss ich das aufkriegen! Geht das? Ich hol den raus! Der frisst den dir gleich noch weg aufgepasst! Oh, meine hat auch schon Knack gemacht! Okay! So, was steht denn bei euch drehen? Kann man sogar schon...